Jesaja 8 Zumstufe. Jesaja zoomt auf dieses Ereignis, weil das so sehr wichtig ist und gibt uns weitere Details im Umfeld dessen, was damals gewesen ist, was die Bibel uns von damals zeigt an geopolitischer Situation und gibt uns damit einen Blick in die Endzeit, weil diese Situation in Jesaja 7, Jesaja 8, die dort gezeichnet wird, die wird in der Endzeit sich wiederholen und zwar in einem ganz bestimmten, fest definierten Zeitraum und zwar in der 70. Jahr. Das ist das Erstaunliche dabei, Jesaja 8 beschreibt Ereignisse in der 70. Jahrwoche und wenn wir Jesaja 8 so ein bisschen im Überblick uns mal anschauen, dann verstehen wir auch, warum dieses Kapitel folgt auf dieses Kapitel 7 und vor uns breitet sich eine große Landschaft aus von endzeitlichen Ereignissen, die in der 70. Jahrwoche passieren werden. Noch nicht so detailliert wie in Daniel, noch nicht so detailliert wie in der Offenbarung, aber die groben Linien werden hier gezeigt und das hat seinen Grund darin, dass Jesaja 8 Bezug nimmt eigentlich auf Jesaja 7, Jesaja 7 nochmal genauer erklärt und erläutert. Und das große Ereignisse, was dort beschrieben ist in beiden Kapiteln, ist die Wiedergeburt Jerusalems. Und weil die 70. Jahrwoche mit der Wiedergeburt Jerusalems beginnt, zeichnet Jesaja 8 ausgehend von diesem Ereignis eine Linie bis ans Ende der 70. Jahrwoche. Das ist das grobe Gerüst, was Gott in seiner Prophetie in der Bibel uns vorgibt, was dann Daniel weiter ausformuliert und Johannes in der Offenbarung zum Abschluss bringt, sodass wir dann in der Offenbarung ein sehr detailliertes Bild dieser letzten 70. Jahrwoche haben. Aber jetzt in Daniel 8, das ist das Erstaunliche und das Wunderbare, Wunderschöne eigentlich auch, sehen wir, dass dieses Kapitel schon diese 70. Jahrwoche beschreibt. Mit Syrien, mit Ephraim, mit Assyrien, mit dem Angriff gegen Jerusalem, mit der Teilung dieses Landes damals natürlich in Ephraim und Judah. Und dasselbe geschieht wie in der Endzeit, auch wieder eine Teilung dieses Landes, ein Auseinanderbrechen Israels in der Endzeit in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Und dann finden wir alle diese Strukturen sauber an seinem Platz, schon in Jesaja 8. Wie gesagt, es wird in Daniel und Offenbarung weiter auszieseliert, aber wir haben hier schon den ersten Überblick über die 70. Jahrwoche. Ein gewaltiges Kapitel, wie ich denke. Wir schauen uns das mal im Detail an. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Wir zeichnen also mal zwei Balken. Der erste Balken soll die erste Hälfte der 70. Jahrwoche darstellen. Der zweite Balken dann die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Die 70. Jahrwoche wird eingeleitet mit der Wiedergeburt Jerusalems. Die tragen wir hier ein. Und gegen Ende der 70. Jahrwoche kommen die Könige von jenseits des Euphrat, also Neo-Assyrien, auch nach Israel und erobern dort den Norden Israels, Ephraim und wahrscheinlich auch Judah und zerstören Damaskus. Das steht in Jesaja 17, sodass Damaskus keine Stadt mehr sein wird. Darüber gibt es auch bereits einen Clip. Und in diese Struktur, die wir hier haben, fügen wir jetzt mal die Textzeilen ein aus Jesaja 8. Es steht in Vers 1, Und der Herr sprach zu mir, nimm vor dich eine große Tafel und schreib darauf mit Menschengriffel, Raubebald, Eilebeute. Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Uriah und Zacharja, den Sohn des Jeberechias. Und ich ging zu der Prophetin, die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn, Raubebald, Eilebeute. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien. Der Herr sprach also zu Jesaja, dass er eine große Tafel nehmen soll und wie eine Art Ankündigung oder Vorhersage darauf schreiben soll, mit Menschengriffel, Raubebald, Eilebeute. Das ist wie eine Prophetie, die Gott hier vorhergibt. Und dann geht Jesaja und nimmt sich zwei treue Zeugen, nämlich den Priester Uriah und Zacharja, den Sohn des Jeberechias. Da haben wir schon einen Clip drüber gemacht, das ist der letzte Clip. Also der Clip, der hier vorgewesen ist. Dann haben wir also Jesaja als Propheten, dann den Uriah als den Priester und Zacharja, den Schwiegervater vom König Ahas für die königliche Linie, also König, Priester und Prophet. Und dann geht Jesaja zur Prophetin und die ward schwanger und gebar einen Sohn. Hier handelt Jesaja genauso wie Jesus Christus handeln wird, wie Gott handeln wird in Christus an Jerusalem in der Endzeit. Dann wird nämlich die Prophetin, die Stadt Jerusalem, die wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und weil das innerhalb eines kriegerischen Ereignisses ist, weil nämlich eine Koalition aus Damaskus und dem Norden Israels die Stadt Jerusalem angreift. Und während dieser Belagerung dann die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt, damit dann also dieser Raubebald Eilebeute in der Endzeit geboren wird. Dann befinden wir uns hier also am Anfang der 70. Jahrwoche zum Zeitpunkt der Wiedergeburt Jerusalems, die hier angedeutet wird mit der Geburt des Raubebald Eilebeute. Und dann steht in Vers 4, denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias, das sind nämlich die beiden, die Jerusalem belagert und angegriffen haben. Also bevor dieser Raubebald Eilebeute sprechen kann, sollen diese beiden Staaten, die damals historisch in der Antike Jerusalem belagert haben, weggenommen werden durch den König von Assyrien. Zur Zeit von Jesaja, als Assyrien im Land war, da gab es aber keinen Raubebald Eilebeute und es gab auch keinen Immanuel, der geboren worden wäre. Und zur Zeit Jesu Christi, wo die Verheißung aus Jesaja 7 eine erste Erfüllung erfahren hat, durch die Geburt Jesu Christi und die Jungfrauengeburt Marias, da gab es kein Assyrien. Der einzige Zeitpunkt, zu dem diese Weissagen aus Jesaja 7 und auch aus Jesaja 8 eintreten kann, ist also die Endzeit und zwar hier zu Beginn der 70. Jahrwoche. Und bereits in den ersten Versen wird schon angekündigt, dass der König von Assyrien kommen wird. Die Offenbarung spricht davon, dass das mehrere sind, dass das Könige von jenseits des Euphrates sind, wahrscheinlich alle im Gefolge des dann wieder existierenden neo-assyrischen Reiches. Die werden nach Samaria kommen und nach Damaskus kommen und werden beide Staaten zerstören und sich in der Ebene von Megiddo in Hamageddon niederlassen. Zu der Zeit wird der Antichrist auf seiner Eroberungstour in Nordafrika sein und wird Gerüchte hören von Norden und von Osten und wieder zurückkommen, um dann gegen den König von Assyrien oder die Könige von jenseits des Euphrat zu kämpfen in Hamageddon. Darüber haben wir auch schon einige Clips gemacht. Wer die noch nicht angeschaut hat, bitte erst anschauen, dann wieder hierher zurückkommen, weil das sonst nicht nachvollziehbar ist und nicht verständlich ist, was wir hier behandeln. Dann steht in Vers 5, Das ist eine Aussage, die sowohl Ephraim als auch Judah betrifft. Dieses Volk ist dann eigentlich ganz Israel und zwar der nördliche abgespaltene Teil und der südliche Teil Judah, denn die verlassen sich auf Rezin, das ist der König von Damaskus und auf den Sohn Remaljas. Und dieser Sohn Remaljas ist historisch der König Pekachia im Norden Israels gewesen. In der Endzeit ist dieses Regentenpaar der Antichrist, nämlich der aus Damaskus und der falsche Prophet, das ist der Herrscher aus der ehemaligen Dekapolis, der von der Dekapolis aus dem Norden Israels usurpiert und an sich gerissen hat und dann in einen Bund geführt hat mit Damaskus. In der Endzeit wird also genau das geschehen, was im Alten Testament in der Antike schon an politischen Strukturen entstanden ist. Genau das wird in der Endzeit auch wiederkommen und wir werden staunen darüber, wie exakt die Bibel diese endzeitlichen Strukturen vorhergesagt hat, wenn sie denn dann eines Tages auftauchen werden. Und weil dieses Volk Israel, sowohl Judah als auch das Nordreich, ausgenommen ist hier Jerusalem, weil diese beiden sich verlassen auf den Antichristen und den falschen Propheten, deswegen wird Gott das Neo-Assyrische Reich schicken, hier anhand der historischen Situation zur Zeit Jesajas, durch den König von Assyrien, der später dann kam und ganz Nordisrael und Judah überrannt hat und besetzt hat. Übrig blieben danach dann nur Judah und Jerusalem, das Nordreich Israels und auch Damaskus, waren damit erobert und besiegt und existierten nicht mehr. Sie gingen auf im Assyrischen Reich und genau dasselbe wird in der Endzeit auch wieder geschehen. Dann werden die Könige von jenseits des Euphrat kommen, das Neo-Assyrische Reich, und werden das komplette Land Israel erobern, während der Antichrist auf seinem Feldzug in Nordafrika ist. Sie werden einreisen in Judah und schwemmen und überherlaufen, bis dass sie an den Hals reichen, also bis an die Stadtmauern Jerusalems heran, und sie werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, o Immanuel, füllen, soweit es ist. Dieser Immanuel ist unser Herr Jesus Christus, aber weil Christus mit seiner Gemeinde ein Leib ist, ist sowohl Christus selbst als auch seine Leibesgemeinde, die aus Juden und aus Heiden besteht, Immanuel. Der König von Assyrien überschwemmt also mit seinen Truppen ganz Israel. Allein Jerusalem bleibt dann übrig, wie eine Hütte im Weinberg. Der Antichrist wird dann zurückkommen von seinem Feldzug, sich dem Neo-Assyrischen Reich entgegenstellen, in Hamageddon, weil die Bibel sagt, dass dieses anfangskleine Horn, nämlich der Antichrist, übrig bleibt bis ans Ende und umkommen wird bei der Belagerung des Werten heiligen Berges, so wie in Daniel 11 steht, ist davon auszugehen, dass der Antichrist in Hamageddon diese Schlacht gegen Neo-Assyrien für sich entscheidet und sich dann gegen Jerusalem wendet, um Jerusalem endgültig dem Erdboden gleich zu machen. Dann sind wir aber auch schon relativ weit am Ende der 70. Jahrwoche, denn diese Ereignisse kumulieren gegen Ende der 70. Jahrwoche am Ende der zweiten Hälfte, weil auch Daniel verschiedene Zeiten erwähnt in Daniel 12, 1290 Tage, 1335 Tage, alles schon Fristen, die länger als dreieinhalb Jahre sind, denn nach biblischer Zählweise hat ein Jahr 360 Tage und damit wären dreieinhalb Jahre genau 1260 Tage. Daniel zeigt uns aber Fristen, die länger sind, nämlich 1290 Tage, 1335 Tage. Auch darüber gibt es bereits Clips, die ich bitte erst anzuschauen, weil diese Themen sonst hier nicht verständlich sind. Also wir befinden uns hier am Ende der 70. Jahrwoche, wenn der letzte große Showdown kommt, wenn man das so formulieren will, wenn sich der Antichrist mit allen den Königen, die in seinem Gefolge sind, inklusive des Neo-Assyrischen Reichs, dann gegen Jerusalem aufmachen will. Dazu steht in Vers 9, Seid böse, ihr Völker, und gebt doch die Flucht. Diese Völker sind also die vereinten Truppen des Antichristen, alle Könige, die in seinem Gefolge sind, im Prinzip die ganze damals bekannte Welt und in der Endzeit wird es wahrscheinlich genauso auch wieder sein, dass alle umliegenden Völker im Nahen Osten rüber bis an die indische Grenze und von Nordafrika und vielleicht auch Teile der Türkei und des heutigen Griechenlandes, die sich dann alle zusammenfinden werden in dieser letzten großen Schlacht, die dann gegen Jerusalem branden wird. Also steht hier, Seid böse, ihr Völker, und gebt doch die Flucht. Hört es alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch und gebt doch die Flucht. Rüstet euch und gebt doch die Flucht. Beschließt einen Rat und es werde nichts daraus. Beredet euch und es bestehen nicht, denn hier ist Immanuel. Also diese ständige Wiederholung, dass die Völker sich versammeln und einen Rat beschließen, sich rüsten, wird nicht zustande kommen. Sie werden nicht Jerusalem überrennen können. Sie werden Jerusalem nicht erobern können, denn hier ist Immanuel, wenn dieser letzte große Kampf ansteht und der Antichrist gegen Jerusalem zieht, ganz am Ende, das wird schon nach der Entrückung sein, am Ende der 70. Jahrwoche, dann wird Immanuel, unser Herr Jesus Christus, wiederkommen und zwar mit seiner Gemeinde und wird seine Stadt Jerusalem beschützen und bewahren, wird den Antichristen und seine Truppen besiegen und wird sein weltweites ewiges Reich aufrichten. Es bestehe nicht, denn hier ist Immanuel. Denn so sprach der Herr zu mir, da seine Hand über mich kam und unterwies mich, dass ich nicht solle wandeln auf dem Wege dieses Volkes und sprach, Ihr sollt nicht sagen Bund, dieses Volk redet von nichts, denn von Bund, fürchtet euch nicht also, wie sie tun und lasst euch nicht grauen, sondern heiliget den Herrn Zebaoth. Das bezieht sich darauf, dass Teile des israelischen Volkes und wahrscheinlich insbesondere Judah darauf gehofft hat, dass der König von Assyrien den Belagerer, nämlich in diesem Syro-Ephraimitischen Krieg, Rezin und den Sohn des Remaljas von Norden her angreift und besiegt, sodass Ephraim und Judah wieder befreit werden könnte. Vers 12 steht, fürchtet euch nicht also, wie sie tun und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt den Herrn Zebaoth. So wie auch Jesaja das getan hat, als die Stadt Jerusalem belagert wurde und er gesagt hat, dass kein Pfeil in die Stadt geschossen wird und dass der König Ahas sich ein Zeichen dafür wünschen darf, von Gott, es sei im Himmel oder in der Hölle, wo auch immer Ahas sich dieses Zeichen wünschen würde, wäre vollkommen egal. Gott würde ihm in jedem Fall ein Zeichen geben. So hat auch Jesaja Gott geheiligt darin, dass er sagt, Gott wird Jerusalem beschirmen und beschützen, so wie es dann auch in der Antike gewesen ist und wie es auch in der Endzeit wieder sein wird. Heilige den Herrn Zebaoth, den lasst eure Furcht und Schrecken sein. Der Herr Zebaoth ist der Herr des Krieges, ja, der Herr der Kriegsheere. Den lasst eure Furcht und Schrecken sein, so wird er ein Heiligtum sein, aber ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses den beiden Häusern Israel, nämlich Judah und Ephraim, die beide gegen Jerusalem dann ziehen werden mit dem Antichristen und Jerusalem alleine übrig bleibt. Zum Strick und Fall den Bürgern zu Jerusalem, dass ihrer viele sich daran stoßen, fallen, zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Dieser Herr Zebaoth ist auch den Bürgern zu Jerusalem zum Fallstrick geworden und zwar zur Zeit Jesu Christi. Christus ist Gott, Christus ist auch der Herr Zebaoth und selbst die Bürger zu Jerusalem, zu seinen Lebzeiten, haben sich an ihm gestoßen, sind an ihm zerbrochen, verstrickt und gefangen worden. Auch in der Endzeit wird Jerusalem noch einmal ganz von seinem Gott abfallen. Jerusalem wird zur Hure Babylon werden, zu Sodom und Ägypten, wie Offenbarung 11 sagt, und auch in der Zeit noch einmal Anstoß nehmen am Herrn Zebaoth. Diese Bibelstelle wird auch auf Jesus Christus bezogen im Neuen Testament. Er ist der Herr Zebaoth. Er soll ihre Furcht und ihr Schrecken sein. Diese Bibelstellen, die wir hier lesen, können wir sämtlich auf die Endzeit auslegen, obwohl sie damals ursprünglich und zunächst für die antike politische Situation geschrieben waren. Aber bei näherer Betrachtung sehen wir, dass die Vorhersagen, die in den Verheißungen in Jesaja 7 und Jesaja 8 gemacht werden, damals geopolitisch nicht vorhanden waren und erst in der Endzeit überhaupt erst eintreten können und eintreten werden. Deswegen deuten wir diese Verse und diese Aussagen auch für die Endzeit, denn da werden sie ihre vollständige Erfüllung finden. Weil diese Verse so sehr geheimnisvoll sind, deswegen steht in Vers 16, Binde zu das Zeugnis. Versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Diese prophetischen Aussagen hier in Jesaja 7 und Jesaja 8 sind nicht für jedermann, die sind nur für die Nachfolger Jesu Christi. Denen ist dieses Zeugnis oder dieses Wort, diese Weisung versiegelt und denen gehört die auch und allein die können die auch verstehen. Allen anderen ist das Torheit, wie auch der Paulus mal im Neuen Testament schreibt. Binde zu das Zeugnis. Versiegle das Gesetz meinen Jüngern. Denn ich hoffe auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob. Ich aber harre sein. Also in der Endzeit wird Gott sein Antlitz vor dem Haus Jakob verbergen und verhüllen. Und dieses Volk wird mit dem Antichrist einen Bund eingehen. Und dieses Volk wird sich dem Antichrist anheimstellen und mit ihm im Bund sein, wie wir auch schon gesagt haben. Im Standbild Daniel sieht man, dass Ton mit Eisen vermengt ist, was unnatürlich ist, was auch nicht aneinander hält. Das deutet darauf hin, dass das Nordreich Israels im Bund sein wird mit dem Antichristen, der im Standbild in den vier Schenkeln, es sind keine zwei Beine, in den vier Schenkeln mit dem Eisen angedeutet wird. Und dann wird Ton mit Eisen vermischt sein. Das kennen wir schon aus der Antike. Ausschriften, die älter sind als Daniel, nämlich insbesondere aus Jesaja. Denn der Syro-Ephraimitische Krieg, der ist eigentlich dieses Vermischen von Ton und Eisen. Denn Syrien steht für Eisen, weil Syrien aus den Selochiden kommt. Die Selochiden kommen aus den Diadochenkönigen. Und die vier Diadochenkönige gehen zurück auf Alexander den Großen. In umgekehrter Richtung war Alexander der Große im Standbild mit Bauch und Lenden aus Bronze symbolisiert, während wir dann im Standbild keine zwei Beine, sondern vier Schenkel finden für die vier Generäle, die vier Diadochenreiche. Daraus eines war das Selochidische Reich. Aus diesem Selochidischen Reich entstand später Syrien. Und Syrien wird in der Endzeit auch wieder da sein. Das heißt also, wenn Ephraim mit Syrien im 8. Jahrhundert vor Christus im Syro-Ephraimitischen Krieg in einer Koalition miteinander war, dann ist das, was das Standbild meint, dass Eisen mit Ton vermischt sein werden. Und diese Struktur eines Syro-Ephraimitischen Kriegs aus der Antike werden wir in der Endzeit wieder haben. Dann wird Eisen mit Ton vermischt sein. Dann wird es einen endzeitlichen Syro-Ephraimitischen Krieg geben. Gegen Israel speziell, gegen Jerusalem. Aber dieses Zeugnis ist versiegelt den Jüngern Jesu Christi. Dann steht in Vers 18, Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt. Jesaja formuliert das so, als ob er hier für Jesus Christus spricht. Ja, Jesus Christus selbst und die Kinder, die zwei Söhne, die ihm der Herr gegeben hat zum Zeichen und zum Wunder in Israel, dass nämlich in Jerusalem schon einmal der Seah-Jasub, ein Überrest wird umkehren, zum Glauben gekommen ist, zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Und in der Endzeit der Mahir-Halal-Hasbaz, nämlich der Raube-Bald-Eilebeute, der wiedergeboren wird in einem kriegerischen Ereignis. Und diese beiden Pfingsten, diese beiden Geburtsereignisse, diese beiden Kinder Jesajas, die sieht ein Bild darauf, dass in der Königstadt Jesu Christi zweimal Wiedergeburt geherrscht hat. Die Stadt Jerusalem hat zweimal geboren, nämlich zu Pfingsten vor 2000 Jahren einen Überrest und in der Endzeit einen Raube-Bald-Eilebeute. Und deswegen sagt Jesaja, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Israel. Das ist ein Wunder in Israel, was geschehen ist, dass zweimal Wiedergeburt dort geschehen ist in der Stadt Jerusalem. Mit 2000 Jahren Abstand. In diesen 2000 Jahren sind Menschen aus allen Völkern der Welt zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die werden hier nicht erwähnt. Das Geheimnis dieses Teils der Gemeinde aus den Nationen ist nicht Gegenstand von Jesaja 8. Jesaja reduziert sich hier noch auf Hauptereignisse innerhalb der 70. Jahrwoche. Wie gesagt, Daniel und auch die Offenbarung und auch der Apostel Paulus formulieren dann dieses Geheimnis der Gemeinde deutlicher aus. Das kommt dann aber auch erst 300 Jahre später bei Daniel und über 800 Jahre später in der Offenbarung des Johannes. Und dann beschreibt Jesaja nochmal diese trübselige Zeit in Israel, wenn Israel besetzt sein wird von dem Neo-Assyrischen Reich, wenn Damaskus zerstört sein wird und keine Stadt mehr sein wird, wenn zwei Drittel des israelischen Volkes gestorben sind, getötet worden sind, so wie Zacharja ja auch beschreibt. Und er schreibt dazu in Vers 19, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Wahrsager und Zeichendeuter fragen, also zu irgendwelchen okkulten Medien gehen, um dort die Zukunft zu erfahren, die da flüstern und murmeln, so spricht, soll nicht ein Volk seinen Gott fragen oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen? Das heißt also, Gott sagt, wendet euch zu mir, wendet euch nicht zu den Okkultisten, die euch aus dem Totenreich irgendwelche Sachen sagen, wendet euch nicht zu den Okkultisten und den Medien, sondern fragt Gott in seinem Wort und in seinem Gesetz. So wie auch in Vers 20 steht, Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis soll geforscht und gefragt werden und damit nach dem ewigen Gott. Werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Es wird ihnen also kein Heil geschehen von Gott, sie werden keine Erlösung haben, sondern sie bleiben in der Finsternis und sie gehen verloren. Wie in Vers 21 steht, sondern sie werden im Land umhergehen, hartgeschlagen und hungrig. Wenn sie aber Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott und werden über sich gaffen und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Das ist die große Trübsal, die hier beschrieben wird. Während der letzten 70. Jahrwoche sie fragen nicht mehr nach Gott, sie erheben ihr Angesicht dicht mehr hinauf zum Himmel, sie gehen zu den Wahrsagern und Zeichendeutern, sie forschen nicht in der Bibel, sie lesen nicht Gottes Wort, sie sind hartgeschlagen, sie leiden Hunger, sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Sie sind weder mit ihrem König noch mit ihrem Gott zufrieden. Sie werden über sich gaffen und unter sich die Erde ansehen und werden nichts finden als Trübsal und Finsternis. Das ist diese große Trübsalszeit, die da ist in der letzten 70. Jahrwoche, insbesondere an deren Ende, wenn eine Finsternis sein wird, die die Welt so noch nicht erlebt hat. Bis dann der Immanuel kommt, bis Jesus Christus wiederkommt, seine Stadt Jerusalem befreit vom Antichristen, das Reich des Antichristen zerstört, den Antichristen und den falschen Propheten in den Feuersee werfen wird, sein eigenes, ewiges, weltweites Friedensreich aufrichten wird. Dann wird Licht sein, dann wird es herrlich sein, dann wird große Freude sein im Land Israel und in der ganzen Welt. Deswegen steht auch in Jesaja 9, oder manche formulieren das auch noch als letzten Vers für Kapitel 8, doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er zur vorigen Zeit gering gemacht, das Land Sebulon und das Land Naftali, so wird er es hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meere, das Land jenseits des Jordans, der Heiden Galiläa. Das ist eine Bibelstelle, die im Neuen Testament auf Jesus Christus bezogen wird, auch ganz richtig, denn Jesus kam, um sein Reich aufzurichten, weil er aber gekreuzigt wurde und die Juden ihn verworfen haben, ihren eigenen Messias, geht Jesus ans Kreuz, stirbt, er steht wieder auf und schenkt seinen Geist an alle Menschen, die an ihn glauben, ob es Juden sind oder Christen. Und am Ende der Zeit kommt Jesus Christus wieder und wird diese Aufgabe der Aufrichtung seines Königreiches dann in Angriff nehmen. Das hat er bei seinem ersten Kommen schon getan, denn da ging er auch zu der Heiden Galiläa, er ging auch in das Land jenseits des Jordans, das ist mehr oder weniger das Gebiet der Dekapolis, das ist alles im Neuen Testament beschrieben, hier schließt sich auch der Kreis, denn wenn Jesus zum zweiten Mal kommen wird, dann wird er sein Königreich aufrichten. Wie gesagt, beim ersten Mal kam er schon als Sohn Davids, als Sohn des Lieblingskönigs Gottes, um sein Reich aufzurichten, sein Königreich erlitt aber Aufschub, er ist nicht König der Welt, er ist jetzt heute Priester für die Gemeinde, aber sein Königreich wird kommen, wird anbrechen im tausendjährigen Reich. Das heißt also, beim ersten Kommen Jesu hat sein Königreich Aufschub erlitten, aber wenn er dann kommen wird in der Endzeit, dann wird es nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er zur vorigen Zeit gering gemacht, das Land Sebulon und das Land Naftali, weil es nämlich unterworfen war unter den schweren Diensten und unter das Regiment des Antichristen, so wird er es hernach zu Ehren bringen, den Weg am Meere, das ist ein Weg, der nördlich vom See Genezareth nach Syrien führt. Das Land jenseits des Jordans, das ist die Dekapolis und der Heiden Galiläa, das ist praktisch der Norden Israels, der wird wieder zu Ehren gebracht werden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über die da wohnen im finsteren Lande scheint es hell, du machst des Volkes viel, du machst groß seine Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Wenn dann der König kommt in sein Land, dann werden sie sich freuen über ihn und dann wird das, was Jesus begonnen hatte, als er zum ersten Mal kam, nämlich dieses Reich aufzurichten, das wird in der Endzeit dann tatsächlich eintreffen und eintreten. Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Hier ist Jesus Christus beschrieben. Diese Verse werden im Neuen Testament auch schon auf sein erstes Kommen bezogen und angewendet. Das ist auch richtig, weil er kam als Königpriester, als Priester nach der Weise Melchisedex, als König und Priester. Sein Königtum hat Aufschub erlitten, sein Priestertum ist angebrochen. Sein Tempel sind wir, sein Tempel ist die Gemeinde Jesu Christi. Er selber ist hoher Priester, sein Priestertum hat begonnen, sein Königtum hat noch Aufschub, wird aber kommen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und dessen Name ist erstaunlicherweise Ewigvater. Also ein Sohn ist uns gegeben, dessen Name Ewigvater ist. Auch hier wieder ein Hinweis auf die Gottheit Jesu Christi. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich. Auch hier wieder der Stuhl Davids, Jesus Christus aus dem Stamm David, der kommen wird auf die Erde und hier sein königliches, tausendjähriges Reich aufrichten wird. Dass er es zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaoth. Also man kann kaum aufhören, diese Verse zu lesen, die hängen alle aneinander, die strahlen eine solche Freude aus und eine solche fröhliche Zuversicht und Hoffnung auf das Kommen. dieses Christus, dieses ewigen Christus, der Sohn und Ewigvater gleichzeitig ist, der wunderbarat heißt, Kraft, Held, Friedefürst, der wird kommen und dann wird er das alles zu einem guten Ende führen. Ja, damit sind wir dann am Ende angelangt von Jesaja 8. Ich finde, das ist ein gigantischer Text. Ich freue mich sehr darüber. Ich beschäftige mich jetzt seit einigen Wochen gedanklich damit. Ich freue mich immer wieder, wenn ich diese Verse lese, was das für eine große Tiefe ist, wie komplex die sind und wie genau, wie exakt. Ich empfinde das sehr, sehr wichtig, dass wir alle Aussagen, die wir machen über Daniel in den Endzeitreden Jesu oder auch wenn man die Offenbarung liest, dass wir diese Aussagen, auch prophetische Aussagen oder prophetische Predigten gründen auf das, was im Wort Gottes steht und nicht auf irgendwelche politischen Strukturen, die wir meinen, in die Bibel reintragen zu müssen. Auch das römische Reich gehört nicht in Daniel hinein. Das ist da nicht vorhanden, sondern da wird eine andere Linie gezeichnet. Und prophetische Aussagen, die wir machen, müssen wir auf die Texte der Schrift basieren. Und zwar bis tief ins Alte Testament. Denn die Linien sind immer die gleichen, die gezeichnet werden. Und die gehören alle zusammen. Wir müssen eigentlich nur die Punkte verbinden zwischen diesen verschiedenen Bibeltexten. Deswegen freue ich mich, dass das in Jesaja auch so drinsteht. Es ist genauso wie der Engel auch zu dem Daniel sagt, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Das heißt, der Engel kommt zu Daniel, um ihm zu zeigen, was in der Bibel zur Zeit von Daniel schon stand. Zum Beispiel in Jesaja. Jesaja ist rund 300 Jahre älter als Daniel. Und Daniel hat ja selber auch im Buch Jeremia gelesen und da gesehen, dass die 70 Jahre der babylonischen Gefangenschaft bald zu Ende gehen würden. Das heißt, Daniel hat das auch gemacht. Der hat sich auch an die Bibel gehalten. Der hat diese alten Texte gelesen. Und dasselbe machen wir ja auch. Ja, also wir spekulieren nicht rum. Wir schauen nicht irgendwo in der Weltgeschichte, was da passen könnte. Und passen dann die Bibel auf diese Dinge an. Sondern wir lesen die Bibel. Und wenn klar ist, was in der Bibel steht, und wir verstanden haben, was die Bibel sagt und was sie nicht sagt. Und wenn diese Strukturen klar sind, die wir jetzt seit vielen Clips auch immer wieder behandelt haben, dann kann man auch mal einen Blickwagen in die Weltgeschichte machen. Wir machen auch in einem der nächsten Clips, weil im Nahen Osten tut sich auch im Moment einiges Interessante, was man nicht hört wegen dieser Corona-Krise. Aber die Themen, die wir hier behandeln, sind nicht irgendwo zusammengestückelt, sondern ich zeige, dass das ein Netz ist, eine Landschaft, die sich aufspannt und wo wir die Bezüge zwischen den einzelnen Büchern machen. Und die zugegebenermaßen andere Lesart, die ich hier zeige, muss auch sauber in der Bibel argumentiert werden, weil da gibt es Kritiker genug, die immer wieder diese alten Zöpfe rausholen und sagen, was du sagst, ist falsch, weil die Ausleger erklären das alles ganz anders. Ich weiß, dass die Ausleger das anders erklären. Ich mache auch diese Auslegungen hier insbesondere deswegen, weil ich diese ganzen Auslegungen kenne und auch die Schwachpunkte kenne und ich zeige eine neue Struktur. Mir ist auch bewusst, dass ich mich damit eigentlich zwischen alle Stühle setze. Aber das macht nichts. Es geht da ums Wort Gottes. Und mir ist nur wichtig, dass die Aussagen, die ich dann treffe, auch immer wieder zeigen kann an Jesaja oder an älteren Texten auch an Jesaja, weil diese Strukturen immer die gleichen sind. Also nur als kleinen Gedankenhinweis oder kleinen Anstoß mal. In der Endzeit haben wir dieses Pärchen vom Antichrist und dem falschen Propheten und dieses Herrscherpärchen, diese Herrscherpärchen findet man im Alten Testament auch. Ja, Ureb und Seb, Seba und Zalmuna. Immer wieder gibt es diese Strukturen, die wir im Alten Testament auch finden, gibt es auch wieder Clips drüber. Alles, was im Neuen Testament steht, ist schon im Alten Testament geschrieben. Und wenn wir diese Dinge zusammenfassen, dann befinden wir uns auf einem guten Grund, auf sicherem Boden, auf sicherem Terrain und darauf können wir dann auch prophetische Aussagen machen. Für mich ist es gigantisch zu sehen, dass dieses Kapitel 8 so deutliche Endzeitbezüge hat. Wir werden im Nahen Osten Strukturen und politische Strukturen sehen, die wir heute noch nicht für möglich halten. Deswegen macht es auch keinen Sinn zu sagen, ja, was du sagst, das kann man ja schon im Nahen Osten sehen. Oder manche sagen auch zu mir oder fragen mich und sagen, kann man das schon im Nahen Osten sehen? Das kann man meiner Meinung nach rudimentär sehen im Nahen Osten, weil Syrien und Ägypten und Israel wieder da sind. Das sind die drei Hauptplayer in der letzten Zeit, ja, die sind auch alle ungefähr gleich alt. Gibt es auch einen Clip drüber. Aber es wird noch dieses Auseinanderbrechen Israels kommen. Das ist das Nächste, was wir sehen werden im Nahen Osten. Da rechnet jetzt niemand mit. Ja, ist auch politisch unkorrekt, so etwas zu sagen. Auch Israel gegenüber in der evangelikalen Welt sowieso. Den anderen ist es vielleicht egal. Aber das wird kommen. Dieser moderne Stadt Israel wird auseinanderbrechen. Dann entstehen die Strukturen, die wir in Jesaja kennen, die in Jesaja 8 beschrieben sind. Ich schließe hier. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr bald dann auch wieder dabei seid. Alles Gute euch. Gottes Segen und bis bald. Gottes Segen.